Hallo meine Damen und Herren, hier ist der XA3-Video-Podcast. And by the way, uns gibt's natürlich auch in voller Größe im NDR Fernsehen jeden Donnerstag um 23 Uhr. Und jetzt geht's los. Heute neue Unterschicht. Das ist naive Unversicht. Das ist neuer Unterricht. Und das ist die neue Unterschicht. Unterschicht geht ganz einfach. Lässt den Forscher ein tiefes Loch baggern. Dreide Schicht, noch tiefer, Jura-Schicht und hier ganz tief unten die neue Unterschicht. Super. Oh mein Gott, Unterschichtnalarm, sagen die Politiker. Wer hat die denn ausgegraben? Die Unterschicht hatten wir doch so gut verbuddelt. Na ihr Säcke. Sofort her mit dem streng geheimen Notfallplan. Guck mal. Erstens, betroffen gucken. Zweitens, sich den Kopf zerbrechen. Damit man drittens der neuen Unterschicht einen neuen Namen geben kann. Los geht's. Los geht's. Na, na. Saudumme Vollproleten. Nö, zu ehrlich. Nochmal. Abgefuckte Taugenichtse. Nee, auch nicht. Nochmal. Abgehängtes Prekariat. Super. Versteht kein Mensch. Tut keinen Weg. Und klingt wissenschaftlich. Aber Achtung. Die neue Unterschicht hat ja keine NPD-Antikörper. Die steckt sie voll schnell bei Skinheads an. Mit Nazi. Guck mal. Igitt. Da müssen wir vielleicht doch mal was Richtiges unternehmen. Schnell in die Hände gespuckt. Nee, in die eigenen. Alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und Stein und Bein geschworen. Ab jetzt gibt's Designer-Klos für alle Kitas. Steile Aufstiegschancen für alle. Und ganz wichtig, nie wieder Unterschichten fernsehen. Wo hast du dich an den Schrank gemacht? Wo hast du eine Stellung als Chef gemacht? Nee, nicht mehr so, sondern so. Du hast den Adorno weder rezipiert noch reflektiert. So, jetzt reicht's. Und nächste Woche Unterschicht fährt Oberschicht an die Wand. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus. Alles, was Sie über extra 3 wissen müssen, gibt's im Internet. Unter www.ndr.de-extra3. Machen Sie's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.